So Leute, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Link's Awakening DX. Im letzten Part haben wir die Adlerfestung angefangen und führen diese auch weiter fort. So, und dazu müssen wir erstmal die Kugel hier mitnehmen tatsächlich. Ist ein bisschen ein sehr, sehr merkwürdiger Level, also ich weiß immer noch nicht, was ich davon halten soll. Na, komm, bleib da drüben. Okay, machen wir es erstmal so, dass die halb rüber guckt, irgendwie muss die da so ein bisschen rüber gucken. Dann sollte das gehen, dass wir die auch wieder mitnehmen können. So, jetzt aber bitte schnell hier. Genau, und ja, die Eule hat ja was von den Säulen gefaselt, von daher können wir das hier machen. Tatsächlich. So, das musste gemacht werden. Wäre ich so nicht drauf gekommen? Aber, ja, ne? Kann man mal machen. Ich nehme die Kugel einfach mal mit. Dachte ich? Dachte er. Doch dies war nicht recht. Dies war dem Spiel wohl nicht so recht. Na gut, dann nicht. Dann nehme ich halt nicht die Kugel mit. Spiel wäre es gewesen. Aber ich glaube, wir hätten das wahrscheinlich, naja, wir müssen es umaktivieren quasi. So ist jetzt... Ach, die Stachelkugeln, äh, die Stachelkugeln, die Kristallschalter anders sind wieder. Ist viel hin und her geswitcht in dem Tempel, finde ich. Aber ist okay. Aber hier waren wir auch nämlich. Von daher gucken wir erstmal hier lang. So, eigentlich... Eigentlich... Haben wir einen kleinen Schlüssel eigentlich? Äh, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall können wir das hier machen jetzt normalerweise. Wir haben was gesagt davon, dass wir das machen können. Von daher probieren wir es auch einfach mal. Na komm, geht tot. Geh sterben. So, kann ich nicht so machen. Das wäre ja zu schön gewesen. Das wäre ja zu schön gewesen, ne? Dann halt nicht. Stein hat ja ein Schlüssel, doch. Vermutlich braucht man hier ein Schlüssel. Ach, nee. Wäre ich ja niemals draufgekommen. Dankeschön dafür. Dankeschön dafür. Wäre ich niemals draufgekommen auf diesen wirklich glorreichen Tipp. Na ja. Wie eben auch sei. Wie eben auch sei. Hm. Oh, der Dungeon ist aber echt verwirrend. Also, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich den mögen soll oder noch nicht. Also, ich bin mir unsicher. Ich werde jetzt einfach mal eine Bombe darüber werfen. Ja, genau so macht man das. Nee, eigentlich wollte ich hier eine Bombe rüberwerfen, so dass ich das aktivieren kann. Und dann gehe ich hier rüber. Und dann ist dort oben auch frei. Was mir gar nichts bringt, Fragezeichen. Oh Gottchen. Der Dungeon, ey. Dieser Dungeon wird mich noch alles kosten, was ich habe. Nee, das ist jetzt nicht. Aber das ist nicht ohne. Also, verdient den Namen dritter Dungeon. Dritter Dungeon, ja. Das ist der dritte Dungeon. Nee, das ist schon zu Recht der vorletzte Dungeon, würde ich mal behaupten. Na komm. Ihr interessiert mich gar nicht. Zu diesem Zeitpunkt gerade zumindest. Hier ist also ein Schlüssel drin. Also, beziehungsweise hier kommt ein Schlüssel durch irgendwas. Aber durch was? Hm. Gute Frage. Nächste Frage, bitte. Ja gut, hier kommt man auch nicht weiter. Ich habe noch eine Vermutung. Ich habe noch eine Vermutung, was wir noch machen können. Ich habe eine dezenter Vermutung. Dadurch, dass ich dort gerade was gesehen habe noch. Was wir noch anstehen könnten, wäre ich nicht so dumm runtergefallen. Oh mein Gott, das ist belohnt. Dieser Dungeon. Der Dungeon ist schrecklich. Ich mag ihn nicht. Jetzt ist es amtlich. So, dann kriege ich erstmal dich, Viech, da. Bitte stirb. Danke. Vielen Dank. Das macht es mir ungemein leichter, wenn du mich nicht störst. Und jetzt bitte ganz in Ruhe. Ganz in Ruhe und mit voller Hoffnung geht es voran. Hoffnung, haha. Der war gut. Aber ist okay. So, hier müsstest du doch... Ja, klar. War ja klar. Also war nicht so klar, aber... Und hier ist auch wieder so eine Säule. Sehe ich gerade. Das sehe ich doch. Dass dort eine Säule ist. Die Säulen der Erde, um genau zu sein. Nein, die Säulen der Erde nicht. Ich bin nicht kein Vollet. Kannst du die Säulen nicht überwinden? Versuche mit etwas zu werfen. Das ist mir bewusst. Danke dafür. Irgendwie. Kann ich hier was machen? Hm. Irgendwie. Irgendwie. Irgendwo. Irgendwann. Das Ding ist, ich komme hier nicht raus. Das ist natürlich ein Ding, das ich so nicht lassen kann. Gut. Machen wir es einfach mal so. Und dann schauen wir mal weiter, ob wir da nicht irgendwas noch regeln können. Ich sehe schon. Ah ja, 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 ich sehe, ich sehe. Starre Kugel, bitte. Äh, starre Kugel, sage ich schon. Das ist keine starre Kugel, du Honk. Das ist eine Eisenkugel. So, und bitte hier rüber. Ja, ja, geht schon. Passt schon. Passt schon. So, und jetzt bitte rüber, rüber, rüber. Kugel nehmen und tschüssi. Und ab dafür. Sozusagen. So, einmal freispielen hier. Dann mitnehmen. Ha. Okay. Okay, okay, okay. Ich sehe schon, das wird nicht ganz so leicht, wie ich mir das gerade vorgestellt habe. Aber ist okay. Genau, dann können wir jetzt hier nämlich weiter. Dann können wir das über den Zaun spielen. Ja, ich weiß nicht, ob man das gerade gehört hat, aber meine Freundin ist gerade baden und lacht sich gerade den Ast ab, so zu sagen. Es war sehr elegant. Also, ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen will. Aber, ja doch, elegant. Elegant trifft es. Nein, es war, ich habe mich kurz gewundert, was das war. Aber ja. Hm. Aber irgendwie, irgendwie haben wir ein Problem. Ja, nicht ich habe das Problem, wir haben ein Problem. So ist das nun mal am Let's Playen. Beim Let's Playen. Da hat nicht der Let's Player allein das Problem, sondern alle zusammen haben das Problem. Das ist doch das Schöne am Let's Player Dasein, ne? Dass man nie auf sich allein gestellt. So, aber ich glaube, ich weiß, wie wir dorthin gelangen, daher bin ich doch ganz glücklich, wie es ist. Ich bin doch gerade auch von hier irgendwo gekommen, oder nicht? Bin ich doof? Ja, bin ich. Quatsch. Und das solltest du nochmal bestätigen, also, dass ich da gerade lang gegangen bin. Warum habe ich das getan? Die Sache ist die, bleibt die Kugel dort, wo sie sein soll? Also, bleibt die jetzt da, wo sie gerade ist, oder habe ich es jetzt verkackt, quasi? Und ich habe irgendwas übersehen. Sobald ich das Schockwerk oder so verlasse, ich weiß ja nicht, wie das ist mit der Kugel. Aber schauen wir uns einfach mal um. Ha, sie ist hier. Okay, dann bin ich beruhigt. Dann bin ich beruhigt. Wenn das so ist, dann können wir das doch machen. Schön. Zweite Säule ist eingerissen, wir nehmen die Kugel mit. Dritte Säule ist dort drüben. Können wir das hier einreißen? Nein, können wir nicht. Ich habe eine Vermutung. Naja, ich weiß es. Ich weiß, was ich tun muss. Zwar folgendes. Wir müssen quasi erstmal zu mir kommen. Ähm. Ich habe mich gerade ernsthaft die Eisenkugel weggeworfen, oder? Bin ich echt so dumm? Bin ich so strodumm? Das habe ich verdient. Ich bin nur sehr dämlich. Ich bin sehr dämlich. Leute, hör mir zu. Ich bin sehr dämlich. Wie kann man das so dumm sein? Ich möchte mich gerne vergraben. Dankeschön. Dafür. Warum bin ich so doof? Warum ist der Flastisch so doof? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin so doof. Ich bin so doof. Wir kriegen auch keinen Fortschritt in diesem Part, denke ich. Es tut mir sehr leid. Aber so ist das beim vorletzten Dungeon. Ein bisschen Fortschritt sollte man auch hinbekommen. Ein bisschen. Minimalen Fortschritt. Will ich heute aber noch sehen, du. Auch wenn ich selten dämlich bin. Wie ich gerade eindrucksvoll bewiesen habe. Aber das ist okay. Das ist okay. Dummheit ist was Feines nicht. Aber es ist okay. Es ist okay, dumm zu sein. Ich weiß nicht mal, ob das richtig ist, was ich gleich vorhabe. Weil ich will die Dinger quasi treffen. Und dann will ich, äh, ja, Dinge tun. Kugel, komm mit. Komm mit meiner Kugel. Und damit meine ich nicht reiner Keimut. Ach, Gottchen. Das ist doch eine große Scheiße. Eine ganz, ganz große Scheiße, müsste ich mal sagen. Aber das ist okay. Das ist okay. Das war mir von vornherein klar, dass das nicht einfach wird. Von daher möchte ich mich da auch gar nicht großartig beschweren. Stattdessen, gehen wir jetzt hier runter. Und dann, gehen wir nach links. Dann gehen wir nochmal nach links. Begrüßen Kirby kurz. Äh, wir gehen doch nicht nach links. Denn wir gehen erstmal nach rechts. Und dann gehen wir bitte nach links. Begrüßen Kirby noch einmal. Und dann gehen wir nach unten. Komm schon, Kirby lass mich durch. Kirby, du bist gar nicht so ein böser Typ. Außer den Smash Bros vielleicht. Da darfst du böse sein. Aber ja, sonst bist du ein guter Junge Kirby. Ich bin ja, ich bin, bin ich gar nicht von dir gewohnt. Dass du so ein böser, böser Bube bist. Böses, böses Kirby-Line. Und warum werfe ich auch meine Kack-Eisen-Kugel irgendwo runter? Warum bin ich so dämlich? Übrigens, ich habe eigentlich damit gerechnet, dass ich die mal genäht habe. Und schon willkommen. Aber die sind dann scheinbar doch nur exklusiv für Oracle. Die Oracle-Teile. Oder zumindest Oracle of Seasons, glaube ich. Ob es für Ages auch so ist, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Muss ich mal gucken. Ich denke mal, die werden wir ja auch irgendwann nochmal let's playen. In vielen, vielen Jahren. Ne, keine Ahnung. Irgendwann werden wir die schon mal let's playen noch. Das Ding ist, die müssten jetzt mal beide herkommen. Beide Kreuz zeigen. Dann wäre ich da ganz komfort mit. Ich weiß nicht, was der zeigt. Aber das ist okay. Komm, zeig dein Kreuz. Komm her und zeig dein Kreuz. Jungchen. Come on. Das darf jetzt nicht euer Ernst sein, oder? Das ist doch nicht wahr. Bitte. Bitte macht es mir nicht so schwer. So, nochmal. Ich weiß nicht mal, ob das richtig ist, was ich hier gerade versuche. Aber es scheint mir richtig zu sein, irgendwie. Von daher. Was? Was? War ru... Das finde ich nicht okay. Was war denn für eine kacke? Das fand ich jetzt nicht gut. Das war kacke, um ehrlich zu sein. Naja, ich kann es höchstens mal probieren, dass es irgendwie von hier aus geht. Ich habe zwar so meine Bedenken, dass es funktioniert, wie es soll, aber... Och, komm schon. Meine Fresse, ich hasse diese Viecher. Ja, geil. Och, komm schon. Ich hasse diese Drecksviecher. Verbannt sie aus dem Spiel, bitte. Das wäre herzallerliebst für mich. Boah. Also, ich reg mich ja nur selten künstlich auf, aber gerade... Gerade platzt mir ein bisschen der Kragen. Gott, ist das eine Scheiße. Ist das eine... Ja, geil. Danke, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Danke, Spiel. Wirklich, danke. Jetzt will auch das Spiel nicht mehr. Ich kann es verstehen. Aber bitte mach weiter. Ich mag den Tempel auch nicht. Ich mag den Tempel auch nicht. Ich mag ihn halt wirklich nicht. Ich weiß nicht, der ist mir so... So doof. Hab ich jetzt eigentlich... Nee, ich dachte, ich hätte irgendwie einen Schlüssel mal bekommen, aber... Fehlanzeige. Fehlanzeige. Die Musik geht mir auch sehr auf den Sack von diesem Tempel, um ehrlich zu sein. Aber es ist okay. Tut mir wirklich auch sehr, sehr leid, dass wir hier gerade... Kaum Fortschritt haben in dem Tempel, aber was soll ich machen, ne? Das ist halt, wie es ist. Da kann ich nichts dran ändern. Da kann ich nichts dran rütteln. Immerhin ist die Kugel scheinbar noch da, wo sie sein sollte. Immerhin. Es kann nicht euer Ernst sein, bitte. Ist doch jetzt wirklich nicht wahr, oder? Nur so langsam. Ich möchte nicht mehr. Ich möchte wirklich nicht mehr diesen Tempel spiegeln. Aber ich muss. Ich werde gezwungen. Meine Fresse. Tut mir auch wirklich, wirklich leid, dass es hier einfach gerade total unspektakulär ist. Weil ihr wahrscheinlich jeder von euch den Tempel in zwei Minuten durch hat. Aber ich nicht. Damit solltet ihr euch anfreunden können. Ist halt so. Nicht jeder kann das. Und ich bin gerade wirklich am verzweifeln, was das angeht. Was diesen Tempel angeht. Weil ich ihn wirklich scheiße finde, muss ich gerade wirklich sagen. Also, nee. Ist für mich kein guter Tempel. Er nervt mich einfach nur. Und das ist für mich kein guter Tempel. Wenn er wenigstens herausfordernd wäre. Aber nein. Er ist einfach nur... Ja, zerstör deine scheiß Säulen und sei glücklich. Und werd genäher von allem und jedem. Ja toll. Und was soll eigentlich diese Scheiße mit den Scheitern in diesem Tempel? Was soll das? Ganz ehrlich. Ich hab für diesen Tempel keinerlei Verständnis. Dann und dauernd dieses hin und her geswitschert. Das ist wirklich, wirklich kein guter Tempel. Bin ich der Meinung. Also, ich bleib dabei. Für mich ist dieser Tempel kein guter Tempel. Tut mir leid, wer das anders sieht. Nein, die Nintendo-Fanboys kreischen gerade. Aber die Zelda-Tempel sind alle gut. Bist hervorragend. Nein, dieser Tempel ist scheiße. Dabei bleibe ich. Dieser Tempel ist nicht gut. Ich mag ihn wirklich nicht. Vielleicht ist es subjektiv gesehen... Vielleicht ist es objektiv gesehen gar kein... ...so beschissene Tempel. Aber einfach subjektiv, aus meiner Sicht... ...ist dieser Tempel zum Abreihern. Vor allem... Warum muss das denn hier ein Daumen versperrt sein? Warum muss jede... ...verfuckte Treppe... Tut mir leid, dass ich verfickt gesagt habe, aber so ist es. Warum muss jede scheiß... ...kleine... ...mickrige Treppe irgendwie... ...durch so ein Hindernis versperrt sein? Könnt man nicht einfach mal machen... ...und hier kommen... ...geht ein Weg und... ...freu dich deinen Keks ab? Nein! Jede Kack-Tür ist versperrt. Jede... ...kack-kleine... ...mini-Tür. Durch irgendeine... ...unnötige... ...dreckige... ...Kack-Scheiße. Sorry... ...für die unflätigen Bemerkung... ...aber... ...so ist es aus meiner Sicht... ...und das wird sich nicht ändern. Ich denke, ich werde gleich den Part beenden. Ich probiere jetzt noch... ...irgendwie... ...zurück zu der Kugel zu gelangen... ...und dann... ...freue ich mich in den Keks... ...wenn ich das erreicht habe... ...für diesen Part... ...und dann... ...sollts mir egal sein... ...dann mette ich den Part an dieser Stelle. Für den nächsten Part... ...gucke ich dann in eine Komplettlösung. Da bin ich ganz ehrlich... ...ist mir jetzt auch... ...vollkommen egal. Mir ist das sowas von egal. Ob ich jetzt in eine Komplettlösung gucke... ...oder peng... ...aber... ...ich will diesen Tempel nicht mehr spielen. Ja, hier ist die Kugel... ...ich beende den Part an dieser Stelle. Ich hoffe, der Part... ...hat euch... ...trotz meiner kleinen Ausraster... ...und... ...meiner genervtheit... ...trotzdem gefallen. Im nächsten Part... ...gehe ich da hoffentlich wieder etwas motivierter ran... ...aber für diesen Part... ...hat uns das gewesen sein. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen... ...und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Tschüss Tukowski, euer FlasTV. Bye Bye.